Was kann der Beitrag Deutschlands und Europas sein, um diesen Ausfall der Vereinigten Staaten als wichtige Nation zu kompensieren, weil wir offensichtlich damit rechnen müssen, dass zumindest das Engagement an diesen drei großen Flucht- und Vertreibungsursachen nicht besonders groß sein wird unter dem aktuellen Präsidenten und seiner Administration. Natürlich müssen wir versuchen, mit den Vereinigten Staaten im Gespräch zu bleiben. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass Europa stärker wird und sich nicht in Kleinigkeiten verliert. Dazu ist es allerdings auch erforderlich, dass Deutschland mehr bereit ist, in Europa mit anderen zusammenzuarbeiten. Den Sonntagsreden, die wir da halten, zur Reform der Wirtschafts- und Währungsunion, zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, der Jugendarbeitslosigkeit müssen jetzt Taten folgen. Und es ist nicht einfach nur so mal ein missglückter G7-Gipfel, den wir da erlebt haben, sondern es ist leider ein Signal für, ich sage mal, die Veränderung im Kräfteverhältnis in der Welt. Und meine feste Überzeugung ist, dass wir als Europäer stärker werden müssen und alles daran sitzen müssen, die Vereinigten Staaten von Amerika eines Tages wieder zurückzuholen in diese Idee des Westens. Untertitelung von der Lusik